herzlich willkommen meine damen und herren let's try it again heute war ganz schön viele aufnahmen ohne ohne banger da also heute bin ich dritter 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 fünfter achter dritter geworden und ich glaube dann nochmal dritter oder also das oben ist noch nicht ganz aktualisiert mal schauen was wir spielen darkfighter sagt er auf jeden fall sehr aktiv pantheon wegen dem mana back immer noch extrem strong ich würde gerne noch astral zeigen weil ich es immer noch nicht gezeigt hat na astral wird aber wahrscheinlich kein top one aber irgendwann würde ich trotzdem ganz gern machen so soll überlegen was die trittige und das die wir mitnehmen wollen vielleicht der israel israel meiner kosten sind auch 40 na 5 tagen ist leider also tobias hat das ja für meinen kanal aufgenommen aber das ist halt auch eine kommt die nur alle zehn jahre spielbar ist well na gut ich denke wir spielen lagunen warum denn astral da haben wir jetzt wirklich re-rollen da haben wir jetzt noch mal Ich überleg halt, ob man, also Blubob wäre wahrscheinlich auf jeden Fall besser, ne? Aber ob man jetzt hier trotzdem nicht vielleicht Spearslammt. Ich hab auch überlegt, ob man Trinity Force hier einfach spielt. Aber ich kann mir jetzt nicht so mega sinnvoll vorbehalten. Ich glaub, ich würd nicht loggen für den Säck, oder? Naja, ich glaub nicht. Schwierige Entscheidung, zu wie man ist. Das Ding ist halt echt, dass die Kaiser ein richtig coole Unit ist hier. Und ich auch dankbar bin, sie zu haben, aber ein Blubuff wäre halt geil. Aber im Karussell werden wir wahrscheinlich nicht früh drankommen, ne? Braucht ihr mit Spear oder Blubuff immer drei Autotext zum Multen? Naja, Spear wird ja genervt, ne? Also er kriegt fünf Additional Mana. Ich weiß nicht genau, ich mein, sie hat 45. Das ist wahrscheinlich so ein weird, weirder Spot, wo das tatsächlich sein kann. Irgendwie war der Hook jetzt gar nicht so Rewardend, wie ich gedacht hätte. Also wir haben die Enemy Carry gehuckt, aber irgendwie in einen Spot, wo er dann trotzdem relevant war. So mal. Dass sie trotzdem nicht gefokust wurde. Ein ganz schöner Astralhaufen. Das ist wirklich weniger. Wir sollten hier auf jeden Fall Richtung Level uns bewegen. Digga, das wäre die ganze Zeit der bessere Play gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch ist. Oh, wie viele spielen da guten? Einer? Einer, ne? Ich würde dann auch mal Dragomancer Kaiser spielen wollen, aber ich glaube es ist einfach nicht gut genug, ne? Vielleicht mit acht Dragomancer, aber dafür brauchst du halt zwei Embleme. Ist ja schon echt schwierig ist dann. Und Katsa ist auch wieder so aus, als würden Ulz verschwinden, ne? Das ist halt auch was, was mir Sorgen bereitet. Das ist gefühlt bei Kaiser manchmal halt einfach passiert. Schade. Aber close. Boah, Spatula wäre geil. Boah, Kaiser hier zum Mage zu machen. Boah, die hat schon ne Träne. Da. Boah, ja. Boah. There we go. Let's go! Lico, Seiko? Nee, auf gar kein Bein. Das ist natürlich jetzt nur das Problem, dass wir trotzdem keinen... ... die Kasse trotzdem nicht doppelt. Weil es immer noch ein Mage fehlt. Aber bald! Am Anfang ist Echo einfach so wichtig, dass ich hier nie die Entscheidung so treffen würde. Also für Leo über Echo. Das ist Level 4 geblieben. Der hat ernsthaft eine QSS gebaut. Oh, number 2 gold. Da hätten wir tatsächlich dann doch nochmal den nächsten Zentritt schaffen können. Egal nicht. Not bad at all! Mage wäre halt geil. Aber den kriegen wir noch nicht. Das ist okay, ich glaube. Äh, wir könnten jetzt das spielen, weil das ein Ticken besser ist. Ich denke mal, Leona ist ein Ticken besser. Noi. Der hat einfach seinen Olaf ganz nach hinten gestellt. Ah ja, keine Ahnung. Vielleicht werde ich hier einfach die ganze Zeit ultrahard outplayed. Von random Entscheidungen. Aber der hat quasi die Unit, die er... Er will ja, dass sein Olaf stirbt. Der hätte quasi ganz nach hinten gestellt. Das ist ja wirklich einfach nur absurd. Für Mage im Leben, damit sie doppelt castet. Wäre halt nur schön, wenn wir einen dritten Mage hätten. Ich frage, ob Dragomancer jetzt hier... ... oder was ist. Also in der Runde jetzt anyway nicht. Können wir auch sehen, tatsächlich. Den können wir auch sehen. Noch zwei Mal, wir haben das Jahr voll. Danke dir, Al-Keraf, für deinen zehnten Monat. Ja, das Schöne ist, wenn du halt eine Lagunen-Unit zum Mage machst. Ist das scheinbar bei Kaiser Buggy oder was? Bin mir nicht sicher. Schauen wir gleich. Franz Kafka, danke dir. Oh ne, die schießt einfach sofort beides raus, ne? Was spielbar da auf Klasse 4 Items? Blue, Soldier, Gunblade? Ja, probably. Oder halt Morelos, I guess. Aber... Wahrscheinlich würde ich hier sogar am ehesten Morelos spawner 4. Ich reforge hier den Crit. Man muss halt in der Cop nicht sorgsam damit umgehen, wie man seine Reforge einsetzt. Deswegen beleuchte ich hier recht früh raus. Die Items sollen hier anyway noch auf den Sidus wechseln at some point. Wenn ich ein... Gerade wenn ich irgendwie noch es schaffe, einen Lagunen-Augment zu kriegen, aber auch anyway, sonst... Oh, schade. Das ist kurz vor 80 Stacks. Ist schon ganz okay. Können auf 40 Gold gehen. Ja, Morelos auf Kaiser würde uns halt ermöglichen, sie quasi auch noch ins Late weiter zu spielen. Wenn ich hier Gunblade gebe, das halt irgendwann auch so ändern muss. Actually, warum denn nicht? Lass uns mal Mage spammen. I guess this is not that bad. Natürlich wäre es jetzt deutlich geiler, wenn wir hier einen Sidus hätten. Aber wir haben jetzt quasi zwei extra Mages, wenn man so will. Oder zumindest Fake Mages mehr. Das heißt, wir können die... Also ich habe ja quasi die Lagunen-Comp schon ein paar Mal gezeigt, wie sie sein kann, wenn man neun Lagunen spielt. Oder dann ein Emblem hat für Sidus, aber du kannst halt auch... Du kannst halt auch sechser Lagunen spielen. Boah, vielleicht können wir auch einfach mal Mages spammen und ein bisschen drauf scheißen, was mit Lagunen ist. Wir würden noch Sidus spielen. So. Die Mange der Frontline ist ja eigentlich das Hauptproblem dann, ne? Das macht wirklich erschreckend wenig Schaden, ne? Soll ich schon sagen. Ah. Wenn ich das, wenn ich Sack jetzt combine, muss ich das alles erstmal auf Sack lassen. Ach, den verkaufe ich am Ende anyway, glaube ich. Schade. Also wenn sie Morelos hätte, würde es sich jetzt so ein bisschen mehr spreaden. Also macht er zwei, sieben? Ah, ist schon okay. Ich hätte wahrscheinlich ein Dragomancer spielen sollen, statt eine weitere Lagunen-Unit. Also statt Malfight. Mehrheit, ich grüß dich. Mehrheit, ich grüß dich. Ich bin der Rock. Innerhalb ihrer Attack-Range, ja. Ich bin der Karman-Shop. Spiel doch die. Ja, könnte ich machen. Das Power-Upgrade ist halt nicht enorm. Ich würde halt lieber ein D oder sowas spielen. Ich habe immer noch gar kein Blue, ne? Vielleicht wäre es langsam mal Zeit, einfach ein Mana-Item auf Kaiser zu machen, bevor ich mich beschwere, dass sie keinen Schaden macht. Ja, ich gehe davon aus, dass Kaiser von Scope Weapons profitiert dann. Also, dass ihre Ult dann weitergeht, aber... Ich meine, sie macht halt bis zu drei Gegnern den Damage. Oder ein AP-Item oder überhaupt irgendwas. Kaiser macht aber irgendwie Schaden dafür, dass sie absolut gar keine Items hat. Wunderful! Ja, echt nicht sicher, ob das besser ist. Bin ich ehrlich. Das ist grad, weil es Karma 1 ist, ne? Wie viel kriegt sie denn? 18 AP, 205, 11. Ja, das ist es, glaub ich, aber nicht. Oh, Silas. Ja, meine Hooks sitzt auch noch nicht, ne? Wir haben quasi Nomsi gehookt, dann... Der hat aber Thrill auf die Hand und dadurch hat Nomsi einfach instant geulzelt und sich komplett gegengehalten. So, schon lieber Blue-Buff auf Kaiser. Ist das so? Ich glaube, im 6.5 war der Kaiser noch 5 Gold wert. Ich glaube, im 6.5 war der Kaiser noch 5 Gold wert. Ich meine, Ip! So... Dann wollen wir mal, ne? Ja. Ja, es hekt zwar hier zu verkaufen, das ist natürlich... Kein da... ...mutig, schuldig, wie auch immer man es bezeichnen will. Aber die Idee ist einfach, die Items of Sidus zu kriegen. Hm. Wie gesagt, wenn ich jetzt Spear-Slamme hätte, hätte ich ja die ganze Zeit schon Spear spielen sollen. Das ist natürlich dann irgendwie schwer für meine Psyche. So, auf Level 8 könnten wir 5 Mage, 5 Lagunen spielen. Mit Nila, ne? Wobei, wir können ja, wir kriegen ja noch Zoom, ne? Dann hab ich ja ganz vergessen. So. No. So. 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 Okay, jetzt habe ich es natürlich ein bisschen verbockt. Jetzt müsste ich vielleicht die Träne wieder runternehmen, ja doch, die Träne, um den Blue Wolf auf Zoom zu kriegen. Aber wir müssen mit 14 Jahren auf jeden Fall Blue Wolf besser. Was die Stacks angeht, bin ich schon echt weit, aber... Der Rest ist noch in den Kinderschuhen. Okay, ich würde sagen, wir pushen Level. Aber was ist das Upgrade, das nächste? Wahrscheinlich Zoe. Also neun Lagunen ist über Nila spielbar, aber dann droppe ich... Da muss ich halt einen Mage droppen. Die Alternative wäre 7er Mage. Dafür müsste ich... Ich muss ja gleich mal schauen. Kannst du für den Land-Effekt erklären, warum du die Eizung so gesetzt hast? Nein, ich hatte schon ne Träne auf Zoom geslamm. Speer gibt mir einen Bonus-AP. Dadurch, dass der quasi über Blue Battery 20 Mana kriegt, ist das das Set zu 20 Mana. Das heißt, wenn er Blue Buff hat und das, dann geht das trotzdem nur auf 20. Das heißt, du willst dann keinen Blue Buff mehr haben. Und Kaiser ist hier quasi eher Secondary Carry. Deswegen kriegt sie quasi das Supportive-Item. Ich guesst, wo kann man's grade spielen? Und dann spielt man einfach Zoe für Talia. I guess. Zoe für Talia. Und da das andere... Is kinda whatever jetzt, ne? Wie kämpf ich dann auf 7er Mage hier noch? Naja, ich würde für Malfight Vladimir spielen, ne? Für Malfight Vladimir. Und dann würde ich Zoe für Yasuo spielen. Mit mir 7er Mage. Und 6er Lagunen. Und kein Bruiser mehr und kein Dragomancer. Ich bin nicht sicher, ob das Wurf ist. Oder ob das Wurf wäre. So. Mein Vladimir ist halt denk ich nicht tanky genug dafür, ne? Äh, mein Silas ist nicht tanky genug dafür. 6 Lagunen, 7er Mage. Also 7er Mage war halt in der Vergangenheit eigentlich immer toll. Vor allem spielst du halt keine Nila, die jetzt schon die eigentlich stärkste Lagunen-Unit ist. Weil ich kann keine andere Lagunen-Unit mehr droppen. Ich könnte sie... Ich könnte halt Nila statt Kaiser spielen mit dem Mage-Ding. Aber mit den 20 Mana-Kosten sollte Kaiser eigentlich echt was machen. Sie macht doch wirklich was, ne? Sie macht 3200 Damage. So, dann spielt man Zoe für Lux. Und dann ist man eigentlich durch, ne? Also 7er Mage-Wurf zu machen wäre... Das ist schon ein Erfolg, würde ich sagen. Mein Name ist Zoe. Und dann ist es so, dass ich quasi keine Stormblade auf dem Silas habe. Weil dieses Single-Frontline-Ding kann man halt echt spielen. Aber ich glaube, ich kann es nicht spielen. Vor allem, weil mein Silas einfach fucking 1 ist. Und ich habe kein Gunblade auf meinem Carry. Aber holy shit, der Damage. Okay, vielleicht ist es auch einfach alles egal, was ich sage. Und Zoom-One-Shotet einfach alle Gegner. Und dann halte ich meine Schnauze. 7er Mage macht halt 25 Ape hier. Der ist bei 288? Lagoon gibt den 30. Das gibt den jeweils 30. Das heißt, der beginnt auf 190. Wie kommt der auf 288? 190, 25 von 90. Ein fünfter Dörfen sind nochmal 20. Müsste auf 110 sein, oder? Was übersehe ich? Oh, Chaos-Treasure. Mystic wäre okay, ne? Es gibt echt nur 300, ne? Ja. Fuck me. Wir kennen gerade hier noch einen Reforger. Er beginnt auf 250. Aber warum? Ich weiß gar nicht, warum der da beginnt. aber Spirit of Satus wäre auf jeden Fall nett. Junge. Alter, wie viel Damage das ist. Die den Augments. Your Unit gained 20... Oh ja, die kriegen auch 20 AP. Was ist eigentlich los? Warum finde ich die ganze Zeit Zoe's? Wie sieht denn hier aus mit Zeit? Ist das noch ein Ding, finde ich? Was ist eigentlich die Häuser? Warum? Ja, also alles, was ihr extra kriegt, wird halt über Mage nochmal erhöht, so, also ich denke, das geht schon auf. Aber der Wert verwundert mich einfach so, ne? Ich meine, es sind 375 nach zwei Minuten Fight. Und dann ist das halt sehr, sehr strong. Wie ich so gezwagertet hab, ist auch wieder ein... Schwierig zu erklären für Menschen, die nicht League of Legends Partner sind. Ja, die Idee ist quasi, wir haben jetzt in Sidest 2. Ich hätte die Option gehabt, quasi, Vladimir zu verkaufen, das halt schon aufs Sidest zu machen und ihr dann aufs Feld zu stellen. Und dann gäbs aus diesen vier Items, die er dann gehabt hätte, hätten sie drei gewählt. Und das hätte gut für uns ausgehen können, das hätte aber auch schlecht ausgehen können. Und so werde ich es jetzt so machen, dass ihm Vladimir neu war. Holy fuck! Ich habe siebener Mage im letzten Set ja ein paar Mal gespielt, das war echt nicht gut, ne? Aber siebener Mage hier? Also fairerweise ist Blue Battery natürlich in der Gune auch keiner strong und Mage hat und saved alles. Schick kann ich gar nicht nochmal, ne? Macht gar nicht so viel Sinn. Well. Okay. Key free, mate. Dann nehme ich das Rabadons, wenn ich muss. Rabadons generell, finde ich immer in fast einen Fällen schwächer als Archangel. Aber auf Zoe oft ähnlich gut. Das war gar 3, das ist mein Glückwunsch. Ich meine, das einzige, wie ich verliere, ist quasi, wenn der geht da nicht einfach trocken überrennt. Okay, ähm. Das könnte auch ein Problem sein, wenn die Shyvanas einfach ins Team rasseln. Aber ich habe da eine Solution. Talia Frontline fixt das Problem. Da kann selbst die Blue Bob Shyvana nicht cast ein bisschen Team tot ist. Gut. Fast tot ist. Jetzt ist tatsächlich irgendwie das einzige Game in meinem Leben, wo ich, äh, keine Magnetic Remover die ganze Zeit in den Po gekriege hier. Die sind Top 4. Fühlt für mich noch nicht so an, als hätte ich angefangen. Aber ist ja okay. Ich lerne, dass so lange Wladimir bei den verkaufen wird. Später eh nochmal. Deswegen baue ich auch gerade die ganze Zeit den zweiten auf. Hier würde sich Level 9 tatsächlich sogar lohnen, ne? Wir könnten... Ah, wir haben viele Optionen. Bart ist probably die beste. Bart wär gut. Ah, Pantheon wär gut. Du kitz die Gegner so schnell, dass du gefühlt keine Stacks bekommst. Oh, wow. Das ist, äh, vielleicht sogar ein Problem, ja. Ah! Entschuldigung. Aber what the fuck? Seine Shyvana kam nicht zum Ulten. She just died. Die wurde hochgeworfen, Mana burned und dann einfach fucking one-shotted. This is fine. Zyra als Upgrade. Zyra ist zwar Evoker, aber alles andere ist doch... Also, klar, du als Whisper Evoker. I don't know. Fairerweise ist sie einer der wenigen Whisperer, die die Backline hätten würden. Also, dafür kann man schon ein Case machen. Bye bye, my new friend! Naja, die irgendwie... Wattest du hier so ne Runde jetzt, ich guess? Hä? Ist irgendwie gegen beide sehr, sehr gut nah. Also, mein Taliya Positioning ist auch sehr weird, aber... Äh, Rana und Sapphire. Aber ich spiele gegen Mages, äh, gegen Assassins. Ähm, aber meine... Zoe macht halt auch einfach keine Gefangenen. Und Nila, die einzige starke Unit von ihm, dasht quasi nicht los, weil sie gesetfeiert wurde. Okay, es ist Final. Er hat 75 AP. Müssten wir mal schauen, wie viel Gold der noch hat, ne? Oh, er hat auch noch 40 Gold. Let's fucking go, man. Und dann... Das testen Leute immer. Ich stell jetzt quasi bewusst auf einen, einfach einen seiner Carries und, äh... Jetzt muss er... Hat er wahrscheinlich das Bedürfnis, den umzustellen. Also, fairerweise, der hat schon ne echt gute Comp gegen mich, ne? Und jetzt stell ich quasi auf den anderen. Und jetzt hat er quasi den... Seinen Carry, auf den ich Sapphire hatte, hat er quasi Lastdecken gechanged. Aber er hat deswegen quasi keine Zeit, den anderen auch noch zu changen. Ja... Also, das Ding ist, diese Yasuo Knock-ups in meine Backline... Sind sehr gefährlich. Aber es ist auch einfach egal, scheinbar. Es ist... Sie macht doch 5800 Damage, die Kaiser, ne? Die hat scheinbar auch so krasser HP-Werte. Ach, ich würde gerne Zoom 3 kriegen. Gehen wir 9? Oder eher nicht? Und jetzt geh ich auf den Carry, den ich eben... Da in Last Second doch nicht angegriffen hab. Damit... Weil der quasi jetzt... Also, ich werde jetzt quasi einfach immer wechseln. Am Ende ist das einfach immer ein großes Mind-Game. Auch im Schuh. Na klar. Äh... Schwierig, würde ich sagen. Jetzt haben wir sehr langweilige Rolls. Bruder. Da war ja gar nichts bei. Muss Pantheons kaufen. Aber... Da hab ich auch einfach keine bekommen. Das ist einfach wieder der Pantheon-Bug, der hier den Unterschied macht, ne? Weil der kann einfach mein Team tanken. 4-9. Also wirklich, die Broken-Height von Pantheon geht mir so auf den Sack, dass das so buggy ist. Das ist ja der einzige Grund, dass die Fights verliere, ne? Ja. Das heißt, ich muss ihn hochwerfen? Und wenn ich ihn nicht hochwerfe, zänkt er einfach mein gesamtes Team, I guess? Ja. Wie stupid, eh? Einer noch! Ist halt echt nervig, ne? Also jetzt in dem Fall hat Pantheon dann halt nur 3200 Damage überlebt. Einen Zoom brauchen wir, Leute. Einen einzigen. Oh, da hätte ich den... Ach, egal. Fack! Und jetzt hab ich nicht umgestellt. Jetzt kick ich nicht seinen Pantheon, sondern seinen Yone. Oh, es gab garantiert ne Optionen, wie man das hätte haben können. Man hätte halt die Zoe 2 verkaufen müssen. Und jetzt sterbe ich, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder? Zoom? No! Sunfire? Oh mein Gott! Es ist so sad! Oh, da lag noch was! Oh! Ah, so close! Ich mein, es ist ein Second, aber es ist, es ist, es ist, es ist halt einer entfernt von, von Zoom 3, ne? Ja. Also, ich hätte die Zoe verkaufen müssen, aber ich hatte halt Bart nur... Also ich hätte Bart... Ach, ne. Ich glaub, es gibt keine Option. Der Job kam im Kampf, Drew. Also, ich hätte Zoe verkaufen können, aber ich hatte keinen Ersatz. Ich hätte Talia Bart verkaufen können, Zoom kaufen, Zoom auf 3 bringen und hoffen, dass ich quasi mit 2 und jetzt weniger gewinne. Aber zu mir fair, also, wenn Pantheon nicht Mana kriegen würde, während er hultet, gewinnen wir die Fights ja trotzdem alle, ne? Oder wenn ich mein Zephyr in der letzten Runde wieder auf ihn treffe. Schade, schade, schade. Ja, die Antwort auf, äh... Aber, ganz ehrlich, also ne Mage-Comp, Mage 7, holt mich schon ab, ne? Ja. Also, Mage 7, tatsächlich etwas, was ich Zoe jetzt auch noch nicht oft gesehen hab. In Letzten Fight hätte ich vielleicht Zoe Guns in die Ecke stellen können. Man hat auch gemerkt, dass Zoom ohne... Ähm... Ohne... Ohne Gunblade dann nicht so geil ist. Oder zumindest Hand of Justice, irgendwas, womit er sich halt. Fiat Namese, danke dir ganz herzlich. Ja, da war ein weiterer Banger. Jeder zweite Banger ist ein Lagunenbanger, ist mein Eindruck. Aber es ist auch die ganze Comp. Peace out, bis morgen, Mave, euer Jonny.